Hallo und herzlich Willkommen zurück zu Lost Castle. Wir sind direkt schon im nächsten Raum. Und ich muss jetzt unbedingt mal meine Schleimwaffe hier testen. Der ist denn hier eigentlich Feind? Ach, die sind Feindwaffe, ne? Ah, ist nicht schlecht. Nicht schlecht. Nein, 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 nein. Wenn man einmal in dieser Kampfanimation drin ist, ne? Dann kommt man erst so schnell nicht mehr raus. Ja, ich bin groß. Ja, ja, ich weiß. Wir wollen ja schon mal alles looten und dann kommen wir wieder zurück. Oh, das war's schon. Cool. So, was haben wir hier? Das ist so ein Orb-Ding. Ja. Ein paar Bananen, Äpfel. Mehr nicht, ne? Das war aber gut. Aber immerhin. Ich muss ja essen. Und eine Keule dem Dino geben. Stimmt, gib ihm mal eine Keule. Mal gucken, ob er größer wird. Ja, ja, fein. Ja, fein. Gib ihm noch eine Keule. Okay. So, eine Verschwendung. Alter, warum gibst du ihm alle Keulen? Nee, ich glaube, der wird größer. Der wächst gerade. Der ist eben gewachsen ein bisschen. Ich weiß es nicht. Ich glaube, ich... Ich glaube, Tom, du solltest deine Brille mal holen. Du solltest einfach mal die Brille holen. Das ist doch nicht gewachsen. Natürlich. Herr Dino, hm? Komm, weiter. Wir holen tausende von Keulen und stopfen davon. Und machen ihn zum Rieb. Was? Ist das für euch auch so? Das kann ich ja gar nicht. Ja, im Raum hier. So, der verkauft das. Wir sind ziemlich schwer aufgeteilen. Wir müssen ja überleben. Münzen, 20 Münzen. Habe ich nicht. Hat jemand 20 Münzen? 19. Ich kann mich für Münze geben, aber ich glaube, wir kämpfen erst mal. Oh, ich kann noch von erinnern, dass er ich leider ist. Oh, shit. Dino liegt da wieder tot. Ich bin tot. Also, ich lasse mich jetzt mal killen hier hinten. Ich lasse mich mal killen und dann kannst du mich direkt wiederbeleben. Also, lass mich mal. Ja. Ich bin auch tot. Oh, toll. Das ist, wie Tom das so nebenbei so einwirft. Ja, by the way, ich bin auch tot. Das sind ein bisschen viele. So, Skelette. Macht was. Ihr seid schon alle tot, oder? Hilfe. Wie lebt der noch gerade noch? Jetzt, truff, truff, truff. Ich habe nicht so viele Lebenspunkte. Was noch? Was, ruhig, halt. Ja, was meint ihr, wieso ich immer derjenige bin, der als letztes noch lebt? Aber du die Feige zurückhältst? Ne, das sagen die beiden Toten. Ja, komm, die ganzen Kollen können wir ihn essen lassen. Ne, ne, die Kollen behalten wir jetzt. Ich will nicht, dass er noch größer wird. Guck mal, wie geil, wie geil groß der ist. Das ist ja super. Nachher frisst er uns ohne Witz. Wir lassen ihn. Alter, was? Mal ganz im Ernst. Was für Ängste hast du denn? Ja. Er wird uns in den Rücken fallen. Alle fallen uns immer in den Rücken. Es gibt keine wahren Freunde. Ja, was haben wir hier? Und Deutsche. Wer ist unser Deutschwerfer? Habe ich überhaupt Deutsche? Ja, habe ich nicht mehr. Ich habe aber ein bisschen was essen. Wir haben echt wenig Deutsche eingesammelt. Tja, und am Ende... Frisst der Dino auch Äpfel? Er kann über die Bananenschalen fallen, habe ich gerade gesehen. Das ist cool. Nee, die Bombe nimm ich. Der Dino ist die Bombe. Und am Ende lernt man dann, dass man Bomben nicht essen kann. Ich habe fünf Stück. Wo geht es denn weiter? Da kamen wir doch her. Ich wundere mich nur, dass da wieder aufgegangen ist. Doch, dann müssen wir zurück. Hier geht es gar nicht weiter. Das war eine Sackgasse. Das mache ich doch. Ach, deswegen gab es auch vier Drohnen. Das hier war eine Bonuskammer. Oh, oh, das lädt lange. Boss. Okay. Den haben wir, ihn hier escape überspringen. Erstmal keulen ab, damit der Dino größer ist. Hier ist die Beule. Komm, Dino. Echt jetzt? Wir wollen den Wert den Bosskampf füttern? Ja, klar. Ich will es sehen. Können wir durch den Boss? Ich glaube, der ist ausgewachsen. Ohne Witz. Du hast jetzt alle keulen genommen? Ich gehe am Fahren für das Bewusstsein. Dino ist schon tot. Dino liegt ja schon wieder faul rum. Ich glaube, Dino ist ganz tot. Ich bin auch genau in das Ding rein gerannt. Ich benutze jetzt mal... Oh, ich benutze ein paar Bomben. Geh mal weg. Ich gehe hier oben in die Ecke. Scheiße. Ja, es hat mich gekillt. Also ich bräuchte einmal. Nein. Ich habe Angst vor den Bomben. Lenk ihn ab, lenk ihn ab, lenk ihn ab. Lenk ihn ab, lenk ihn ab. Ich lecke ihn ab. Ich lecke ihn ab. Leck ihn ab? So, wir haben ihn schon heiß runter. Versucht nur nicht zu sterben. Ich gebe mir Mühe. Ach, die kleinen Dinger. Ich schiebe auf. Gut. Oh, trifft mich das noch. Genau. Kümmert euch schön um meine Skelette. So, okay. Wo kann ich denn in Ruhe einmal absterben? Was? Jetzt sterb du nicht auch noch. Wer ist denn... Ach, du bist tot. Ach, scheiße. Okay, dann lasse ich es. Na, da bist du. Oh, war das knapp. Lauf, Junge, lauf. Renn. Ja, äh, der Fokus war auf einem anderen Helden. So. Guck mal, er hat keine Arme mehr. Ja, dann. Das ist ganz schön am dran, ne? Ja, das ist schon... Okay, ich versuche ihn abzulenken. Hier, rüber. Hier, hierher. Ja, der hat sich irgendwie jetzt auf... Ja, ich belebe ihn jetzt. Okay, ich belebe ihn. Jawolle. Guck mal, jetzt hast du auch richtig schön Health bekommen. Bekommst du mehr Health, wenn ich noch länger warte? Also muss ich denn überliegt in der Mitte? Nein, nur wenn du genau im Weißen bist. Ach so, okay. Krass, die Skelette machen auch richtig gut Health. Schießt, meine Skelette. Oh, nee, schießt. Ja, komm hier. Hier. Produzier dich auf mich. Du brauchst ihn jetzt. Oh. Oh, du wirst das nicht überleben. Tja, ich habe ihn getötet. Nicht schlecht. Nicht schlecht. Du bekommst deine Leiche. Neue Schätze erscheinen im Schloss. So, ich habe nur noch zwei Health Points. Ich weiß nicht, ob ich überhaupt irgendwas essen soll hier. Ich sammle mal einen. Eil, Stab. Okay, was habe ich hier jetzt? Sowas hier. Aber den kann ich aufladen, ne? Den hier. Oh, geil. Sowas kommt in meiner anderen. Verstärkung. Ich auch gerne. Oh, okay. Der hier ist besser. Das Ding ist besser. Gut, ich esse jetzt nichts, sondern ich werde jetzt kontrolliert einfach mal ablegen. Und schaut mal, der Dino ist wirklich tot. Der steht nicht mehr auf. Du kleiner, der hat sich tot gefressen. Glaub ich auch. An Überfressung gestorben. Das ist unglaublich. Und ich habe zwei Health. Oh, Mann. Ach ja. So, okay. Dann lass mich mal sterben und dann... So, finales Level. Ja. Diesmal müssen wir es schaffen, sonst lösche ich das Spiel von der Platte. Ohne Heiler. Verschau's. Okay, hier ist ganz gut. Hier können wir uns ein bisschen zurückziehen und von hinten dann das Feld aufmischen. Also ganz ehrlich, Thomas, dich kann man kaum von den Viechern unterscheiden. Ganz ehrlich, du siehst aus wie so ein Haufen Skelette. Ja, die Fische hier sind jetzt sehr rutsch. Schön. Wie sie sind denn da? Oh, geil. Ja, danke. Das ist ja viel besser als sterben. Sie hätten natürlich erst sterben können. Schön. Das ging ja gut. So, Keulchen und Kram. Ich habe irgend so einen Scheiß eingesammelt. Ja, ich will das nicht erinnern. Ich will den mal. Orientierungslosigkeit und Grit plus 50%. Oh, Orientierungslosigkeit. Noch mehr Skelette, ha? Aber ihr merkt schon, die befreundeten Skelette haben immer den Spitzkut. Ja. Ich will auch den Napfel. Okay, also für die Zuschauer, wenn ich jetzt nach rechts gehe, gehe ich nach links und umgekehrt. Und hoch und runter. Jetzt geht's wieder. Ja, das ändert sich gleich wieder. Ja, ja, das ist nur kurzzeitig. Nur falls man sich wundert, warum ich so sinnfrei umhergehe bin. Folge uns, Armee der Finsternis. Freuen sie wirklich? Nee, doch. Schön. Oh, so ein Riesen-Fie. Haben sie einen richtig schönen Hübschen. Au, er hat sich erwischt. Gut, kümmere dich um das Vieh und ich überlege ihn wieder. Genau. Du sollst ihn nur ablenken. Leck ihn ab. Das ist mit der stärkste Gegner in diesem Spiel. Deswegen brauchen wir ihn Thomas. Sehr gut, ja. Okay, alles klar. Er hat es nicht bekommen. So, ich habe ihn getötet. Genau. Er hat es nicht gekleert. Ah, Dreck. Nein, ich bin gestorben. Okay, ich kriege hier unten links in der Ecke. Danke. Danke. Oh, genau, er hat gelaufen. Okay. Da ist noch einer. Puh. Oh, das war schon. Das ging ja schnell. Hier unten haben wir eine super Rüstung. Oh, geil. Jupp. Rückgenommen. Okay. Oh, Mann. Oh, Mann. Warte, ich gucke mal, was sie kann. Geheim. Lass den Saurier mal das Fleisch fressen. Oh, wieso? Ich brauche das Leben. Ich hasse diesen Saurier mittlerweile. Jetzt hast du aber eine fette Rüstung, oder? Mächtiger Trank der Armut. Also, ich werfe hier einen gelben Trank ab. Lass ihn mal da liegen. Der Armut. Lutgear. 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 Geht weiter. Oh, Gott. Das war jetzt gut. So, Frösche. Gott verbrauchen, oder? Komm, mach Frösche. Lutgear. Du erhältst ein Schild, sobald du einen neuen Bereich trittst. Oh, das ist geil, das ist geil. Das bringt die Klinge, zumindest wenn du gegnern greifst. Das war wieder so ein blöder Bonusraum. Naja, blöd. Ich wäre lieber weitergekommen. Oh, ein Trank. Der geht konträr mit dem Geldkrieg-Ding. Ah, weg. Er ist nach links und er ist nach rechts gehen. Ich würde nach links und er ist nach rechts gehen. Ja, lass uns rüber gehen zum Beschwörungs-Ding. Ich werde nämlich immer weiter gegnern. Ach, oh Gott. Lass uns mal nach rechts ausweichen, ja? Da, wo der Drache herkommt. Da, wo die ganze Geld nach Ordnung herkommt. Weil ich vermute, dass da nicht mehr viel herkommen kann. Okay, ich bin schon drüben. Ja, ich auch. Ich bin schon tot. Lass es doch nicht zu fassen, Alter. Hier sind wir sicher. Lebe. Wie? Lauf die beiden in die Falle, nur um den Äpfel zu kriegen? Ich habe keine Ahnung. Ich bin ein Trottel. So, diesmal bin ich mal taktisch gestorben. Taktisch gestorben? Die Gegner schafft ihr. Ich bin auch gestorben taktisch. Meine Ausrede. Du vielleicht. Wachst, geh. Komm, jetzt. Wie hat ihr den Typ noch zu uns? Ja, der lebt immer noch. Jetzt bin ich schon wieder ans Hof. Das gibt's doch nicht. Der macht Schaden. Okay, er ist Vergangenheit. Alter. Was haben wir hier? Wir haben hier... Das ist auch mal. Alles meins, alles meins. So, Äpfel essen. Bisschen Banane. Und da fühlt es sich direkt wieder wesentlich fitter an. Jo, gehen wir doch direkt schon weiter. Oh Gott, oh Gott, oh Gott. Das ist übel. Oh nein. Dann bleibt man hier in der Ecke. So, dann war es das nämlich für die heutige Folge. In der nächsten geht es dann hier weiter. Und ich sehe, Tom, geht weiter Gas. Wir müssen uns beeilen. Dann macht es gut. Bis zur nächsten Folge. Ciao. Bis zum nächsten Mal. Babe, Büro. Tschüss. Bis zum nächsten Mal.